Da wird auch denn alles da durchaus verknüpft, ne? Er sollte jetzt einfach sterben, eigentlich. Wir haben keine Gnade, der stirbt nicht. Ich habe auch mit dem Flash gewestet. Habe ich dann geäht, dass der Blitzkorn alles so gut spielt? Ah. Warum wird mir Lord Dominiks First Item vorgeschlagen? Hau einfach auf bitte, er kann nichts machen. Er ist einfach dead. Er ist wie es haube, nice. Gut drauf gelaufen, mein Sohn. Was ist das für Items, die mir vorgeschlagen werden? Wo sind Unkwieler Items? What? Das war Hölbe für uns, holy shit. In Wegen der Hefts, öffnen die. Schön. Das sieht nur so easy aus, weil ich Adelsbets gedodgered, by the way. Also sonst ist das nicht so ein krasser Freak kill. Den hat er nicht wirklich mit ult genommen. Ist er schlecht. What? 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 Wer ist das für Scheiß-Items, warum ist AI nicht vorgeschlagen, Digga? Man sieht irgendwas verkackt, jetzt wird's ja richtig, richtig cringe, also. Warum muss ich erst nach Kraken suchen, weil mir kein einziges Nuki über Item für Aphelios vorgeschlagen wird? Und jetzt nach AI. What? Hat überhaupt nichts, der Mann? Und genau so sieht es nämlich aus, wenn ich nicht display als deutsche. Dann ist es nämlich nicht so recht. War maximal schlecht gespielt, ne? Ich bin disgusting. Das ist legit von einem S4, der Tierwashed töten wollen wollen als Aphelios, wenn ich 5-3 stehe. Giga alt mit One-Shop. Interessantes TP. Nice, cool. Es freut mich, dass du ihn hast. Warum Typen mit denen ich auch noch? Das hat keine Welt, also gut, wenn nichts passieren. Nice. Ist das auch da? Gut. Warum kann ich da nicht attacken? Das packt du halt. Like, hook sie doch weg. Like, er hat doch sogar E getrocken. Wie schwer kann es sein? Er trifft E, knockt sie ab, sie hat keinen Jump mehr. Anstatt eins der zurück zu gehen und sie weg zu hooken, läuft er an sie ran. Hä? Eins für zwei Flashes. Mach dich weh, ja? Weiß nicht, aber du musst schon herkommen, ne? Ah, mein Blitzkrieg wurde Solo-Kill von Esfield. Oh ja, wow, klar. Aber klar laufen wir nicht hierhin, um den Allista zu töten, der natürlich für mich geht. Klar. Ne, wir laufen einfach mit darunter. Und nicht in Range, leider. Oh, da kannst du bitte ein Sheen-Item kaufen. Ich krieg das Kotzen, Digga. Imagine, wie stark der wäre, wenn du ein Sheen-Item kaufen würdest. Wow, no way, dass wir ihn two-shotten können, wie wir jeden Gegner two-shotten können. Verrückt. So, wie sehen wir gerade Midwave über einen possible Nash-Clau als Grace. Ist das unser Play? Das ist verrückt, oder? Weil der Grace hätte hier sein können, um die zu töten. Der hätte die alle töten können. Schade, Mann. Oh, nice. Kein Flash, ne? Wir können hier gucken. Bitte, lass uns spielen. Guck. Alles da wollen wir und mich, oder? I guess my bet. Keine Ahnung. Ja, klar, oder? Ich bin tot. Er ist tot. Er muss tot sein. Bitte sein, bis er tot ist. Let's fucking go, hat Gegrüft. Ich bin auch tot. Ich bin tot. Oh, das letzte Mal elf Tote. Krass, ich glaube, ich stehe drunter. Hm, super Hard-Losing. Weiß nicht, wie die Ori da hinkommt, wo sie hinkommt. Oh, mein Gott. Das ist Game Over. Ignash. Mein Gott, sie ist Game Painful aus. Aber verdient ich mir auch schlecht. Er hat sie nicht verdient. Mir, um sich abzureagieren. Guter Tor von denen. Also, nicht so, aber einfach unnötig, da zwei Kids mir zu schenken. Die auf jeden Fall mehr Alten als nächstes. Sonst sterbe ich einfach durch jede Karte, Söld. Der Ult ist die Frage. Okay, nice. Somehow immer noch wenig Scam. Wie auch immer das möglich ist. Boah, ich glaube, wir werden hier alle sterben, wenn wir das langsam spielen. Der Karte ist schon dead. Ich glaube, wir werden hier alle sterben, wenn wir nicht so was holen können. Ich glaube, wir wollen enden. Okay. Dann ist es wieder Hard rein, Jungs. Okay. Ich bin tot. Die Ult, die ich treffen müssen. Wenn der zu Karte sitzt. Okay, wenn ich der S, will ich actually dodge. Und mich nicht, der zu Karte sitzt. Was ist das für ein behinderter Call zu enden? Wie sollen wir das denn jemals machen? Ich glaube, wenn der Blitzkrank den S wiederhuckt, ist das dann besser. Aber ich meine... Ich weiß nicht. So weird, da hinzutip ihn. Oh no, der Geist ist dead. Hattus Reist ein Flash. Aatrox verliert 1-1. Ist das Game zu Ende? Oriana auch dead? Ne, Oriana lebt noch. Oriana spielt noch auf. Machen. Ori hat noch einen aufgespielt. 2-Landum verloren. Das sucked. Wird zu schnell. Oh! Richtig. Fucking Ocean's so dadurch. Huge! Actually, richtig gut. Was ist das für ein Game, Alter? Ich stehe 11-12. Und es ist der fucking Siebte. Der 8er-Drag ist das hier. Ist das krank. Ich meine, jetzt will ich den Vollbilder fehl aus. Ich mache jetzt ordentlich Damage. Ulti. Lutsch. Restort. Mega geflashholt auf alles da. Ich meine, das ist spannend so. Erstes Flash für Flash. Äh, Blitz. Wollt ihr denn einfach? Nice, Rekyll. Musik, keine andere. Musik, keine andere. Zeit kommt für mich. Spann auf. Ich fucking spann auf. Let's fucking go. Ich spann auf. Die letzten 5 Minuten waren gut. Banger Game, actually. Banger Game. Er hat 100.000 Damage gemacht, der Kartus. Ich glaube, 10k Damage mehr als der S. Das Bild kann nicht gut sein. Er hat so spät Schienen gekauft. Boah, das geht immer so schlecht von mir. Wir haben jetzt schon das kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Morgen habe ich ein richtig geiles Video für euch. Habe ich endlich geschafft, dann Kali-Phase Tag 1. Also 5 Spiele Kali-Phase zusammenzuschneiden. Wird ein Banger. Das war morgen, bevor ich mit meinem neuen Team, den Rayuma-Rentnern. Ja, dazu gibt es ja noch ein Clip. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ein Like. Und bis morgen. Kuss, kuss. Oh, okay. Victor, 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 Victor. Ich bin tot. Victor ist tot. Oh, schön, Victor tot. Huge Ulti. Nice. So ein American Sniper, Junge. Wir können top enden, ja. Ich glaube, es ist Liebe.